Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von IUDEN Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang, zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Grüßt eigenartig. Oh, da sind viele neue Städte zum Rekrutieren, jetzt geht's los. Ich komme zum Rekrutieren. Ost-Zwillingshorn. Da sehen schon ein paar Typen so aus, als seien sie keine NPCs. Ich gewittere neue Kameraden. Lecker-Schmecker. So. 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 Das ist mal, wenn ich außerhalb ein bisschen rumklicke, ich muss wieder ins Spiel reinklicken, dass es wieder geht. Bewohner, das ist, äh, im Osten, äh, 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 äh. Da sind wir so im, im Osten, glaube ich, angekommen, ne? So östlich angehaucht. Das Ganze. So, du bist ein normaler Dorfbewohner, du interessierst mich nicht. Du hier, bist du special? Ne, du bist nur ein alter Mann. Oh, den könnte ich vielleicht sogar schlagen. Machen wir mal Hasenritter gegen den Übungsding. Ich bräuchte halt irgendwie mal bessere Kreise. Ach, ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Oh Gott, ist das schlecht, ey. Was hab ich für schlechte Kreisel? Ich muss erst mal... ...erst mal richtig Kreisel irgendwo finden. Oh, was der für Schaden macht. Ich werde nicht zu einem Sprag, wie du. Wipperschnapper. Der zerstört mich ja komplett. Hörst du das. Hm. Mit Ängen kommt die Erfahrung. Mit Ängen kommt die Erfahrung. Das ist ja lächerlich. Das ist ja peinlich. Wipperschnapper. Wipperschnapper. Ich habe es verloren. Peinlich. Hey, du. Ich verstehe, ich verstehe. So erzählt man sie alle so. Perfekt, sie werden immer stark. Was ist das? Willst du das auch wissen? Dann nimm doch bitte dieses Buch. Ich arbeite jetzt an meiner eigenen Methode. Was haben diese Bücher auf sich? Das muss ich auch noch geben. Oh, ist ja Sonne. Was ist denn dein Problem? Muss ich noch herausfinden. Okay, hier ist ein Hotel. Gasthaus. Kann ich mal schlafen. Wie viel? 800. Oh, Wucher. Wucherpreise hier im Osten. Sieht aus wie so ein Touri, wa? Den man abziehen kann. Mann, 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 Mann. So. Ich denke, der ist doch hier komisch. Den kann ich doch rekrutieren. Der sieht special aus. Oh, diese Farbe. Sie schreien einfach. Schau mal an mich. Drink me up. Okay. Und diese Knochen? Amazing. Ich denke, ich will eine von diesen für den lieben kleinen Mignon, die ich vorher kennengelernt habe. Ich liebe einfach eine Stadt, die ist wunderschön. Oh, da ist jemand sehr... Da ist jemand aber richtig gut drauf. Oh nein, ich habe es wieder gemacht. Das kenne ich. Passiert mir auch regelmäßig. Dass meine Schönheit alles überstrahlt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, natürlich. Merkulpa-Scusi. Der Name ist Pastol. Aber du kannst mich Pastol... Das Pastol... Das Pastol... Oh. Perish the disgusting thought. Like I'd allow the stink of gunpowder on these clothes. So you use a crossbow? Or a knife, maybe? Das ist ein Nuh-uh zu crossbows. Way too heavy. Und sie schrauben meine Beine. Du kannst mich verwenden mit einem Knife, vielleicht. Okay. Wie dann? Dann... Traps, Mister. Ich trappe diese Honeybunnen. Und dann gehe ich in und schlaue sie. Wenn du meine Driftwude bekommst. Cooler Typ. Es ist nicht eine Frage von, wenn Pastol dich bekommt. Es ist eine Frage von, wann. Wenn. Buongiorno, mein kleine Mignone. Was zur Hölle? Ja. Ja. Ich glaube, sie waren in eine schlechte mood. Ich versuche es später. Ist das dein normaler Styl? Styl? Oh, meine Kleine. Sie sind nicht fab. Sie schrauben alle die Hände. Das ist gut für die Spiele. Auch. Ich habe absolut schraubt. Ich habe ein Bord in eine Bär-Trap. Impressiv. Dein Hinweis hier sollte sein. A. Pastol's Traps sind unglaublich unig. Und B. Mit diesen Traps hat Pastol eine Menge Fleisch. Sollte sich jemanden, den du sinnvoll findest? Willkommen in den Ranks. Das ist meine, Noah. Einen Schraub für dich. Wunderbar, wunderbar. Erobere Beute und Herzen. Pastol. Ich glaube, ich bin in die generalen Richtung deiner Kastel. Ich sehe dich dort. Alles klar, Meister. Bereit oder nicht, Minions. Pastol sind gekommen. Ein weiterer abgedrehter Charakter. Wie sollte es anders sein? So, gibt es hier noch mehr von seiner Sorte? Scheinbar nicht. Erstmal nicht. Aber es ist doch schon mal ein Anfang. Eine Start, wieder jemand Neues. So, muss es sein. Der hier? Du siehst so schlau aus. Oh, mein Gott. Was eine unglaubliche Geschichte. Ich bin so entspannt. Ich bin sehr entspannt. Ich habe total entspannt. Ich bin voll entspannt. Ich bin so entspannt. Ich bin so entspannt, wenn ich eine literarische Reise um die Welt bekomme. Nein, nein, ich bin derjenige, dass du dich entschuldigst. Ich bin eigentlich für die Allianz suchen. Die Allianz? Ja, die Allianz. Ja, warum nicht? Klingt gut. Klingt gut. Klingt gut. Klingt gut. Klingt gut. Ich verstehe. Ich werde dir das finden. Oh, oh, nein. Ich habe es in dem großen Wald nördlich verloren. Ich schreibe mir das schon mal auf. Mariette. Großer Wald nördlich. Glücksbringer. Richtig oldschool hier. Ja. Okay. Ha. Ich wusste, dass du das sagst. Danke. Dankeschön. Ich habe den Charme verloren, als ich von einer Rabbidarchwitsch in der Großbrit. gut. Ich bin immer so dankbar, wenn du es findest. Ich werde sicherlich mein Bestes machen. Aber richtig unscheinbar. Unscheinbare Person, wie sie da gesessen hat am Rand. Gut, dann gehe ich mal schauen, ob ich ihren Glücksbringer finde. Aber das ist doch dann der Wald hier, ne? Aus dem ich rausgekommen bin. Der große Wald Süden. Na, gucken wir mal. Ob wir hier was finden. Eigentlich muss ich doch nur gegen eine Hasenhexe kämpfen. Das sind aber viele. magische, süßige Missile! Äh, ja! Aber die werden wir jetzt schnell weggeknüppelt. Ja! Das ist was du bekommst! Aber wo soll hier der Glücksbringer sein? Vielleicht auf dem alternativen Weg? Ja! So, jetzt bin ich einmal durchgelaufen. Und war mal, ne? Ob wir den finden. Einfach mal schauen. Los geht's! Los geht's! So, ich kann schon mal die Truhe eröffnen. Lege das! Nein! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Oh, 118. Oh, das haut es aber gleich wieder richtig raus. Meine Fresse. Aber es verfehlt halt. Och, nö. Die frisst einen Schaden nach vorne. Er hat die Schatztruhe nicht geöffnet. Okay. Lian sieht sehr schlecht aus. Du gibst dir selber das Heilkraut. Sie heilt. Er versucht, die Truhe zu öffnen. Oh, das müssen wir mal so probieren. So, der ist weg. Mann, die greifen aber auch heftig an. 72. Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe es nicht gesehen. Die greifen wir an. Die greifen wir an. Das sollte reichen. Machen wir das nochmal. Machen wir das nochmal. Die müssen halt zu... Die müssen halt zuerst weg. Die Hexen. Was? Pass. Bam. So, einfach angreifen, bitte. Dann sollte es passen. Wunderbar. Ein großer Tag für die Justiz! Ich kann es einfach besser werden. Ich habe einen Schlüsselgegenstand erhalten. Ich habe das gar nicht mitbekommen, was ich da... Ja, ich habe einen Schlüsselgegenstand da ist. Headbär-Rezept. Da, ja, Glücksbringer, da habe ich ihn doch. Mach ich jetzt... Glücksbringer, jetzt muss ich halt nur wieder hier rauskommen, heil. Könnte ich eigentlich... Ich habe doch so einen Stein zum Teleportieren. Den könnte ich nehmen. Aber ich bin ganz wagemutig und... renne hier durch den Wald. Ich kenne keine Angst. So. Schönes Speicherchen. Wunderbar. Oh, ne, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da ziehe ich den Spanns ein. Und tschüss. Also, auf jeden Fall bringe ich er den jetzt. Dann kann man eine Bibliothek aufbauen. Ich weiß nicht, ob das viel bringt, eine Bibliothek, aber... Ist vielleicht ganz nett, die Option zu haben. Hm. Naja, wird man schon sehen, wird man schon sehen, was die Bibliothek dann... ...mit sich bringt. Erstmal jetzt den Glücksbringer zurück. Noah! Hallo! Habt ihr den Charme gefunden? Ja, habe ich gefunden. Ja, das ist es, richtig? Das ist es. Das ist es. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war ein Wettbewerb von einem Freund meiner Freundin. Sie移st von weitem. Aber als wir uns ein paar Weisbring, wir uns besuchen, dass wir uns ein Tag ein Tag zusammenbauen, als Studenten bei der Universität Karl. Oh, ich bin so sehr dankbar. Ich... Ich... Ich weiß nicht, ob das als Reward sein wird, aber... Ich versuche, dass du mich als Kommerin akzeptieren. Ich werde, was klein ich kann, um dich als Allianz-Librarian zu helfen. Herzlich willkommen, Chief. Oh! Ich... Ich werde mein sehr Bestes machen. Super duper. Oh, du bist in einem quieten Nuck, umgekehrt mit Büchern. Wie leidend es wird sein. Ich kann nicht warten, um die Wunderschöne der Literatur zu der Allianz zu geben. Ich hoffe, dass du und deine anderen Beine gefühlt werden. Ich... 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 von Phantomvögeln. Von Phantomvögeln. Ich weiß halt noch nicht, was Phantomvögel sind. Vielleicht waren die auch die Ebene vorher, Phantomvögel. Da waren ja so paar Viecher, die rumgeflogen sind. Vielleicht waren das die Phantomvögel. Ich bin mir ja leider gar nicht sicher. So, da ist die Hauptstadt. Da hinten ist noch ein Dorf. Aber ich glaube, ich mache erstmal doch Mainstory ins Dorf rein. Bei den Wunderschönen? Sahagi. Ich... Mach einen ordentlich Schaden. Ja, ich mache mehr Schaden. Wenn ich nicht daneben schieße. Also sie in der ersten Reihe ist echt... Pain. Wenn ich so viel Schaden friss. Ja, ich habe ihn. Ein großer Tag für Justiz. Ich fühle mich stärker. Aber sie ist ein richtiges Risiko da vorne. Aber nun gut. Passiert ist passiert. Das ist die Hauptstadt hier. Hishan. Welcome to Hishan. Oh, da sitzt schon einer. Die wollen alle rekrutiert werden von mir. Geil. Hishan. Tut mir leid für die falsche Aussprache. Das ist sicher. Ich denke, wir finden Frau Periel im Palais oder im Inn. Im Inn? Sie hat den größten Raum, den sie hatten. Sie wollte nicht in der Palais bleiben, ob die Wände Hörer hatten. Gut. Dann gehen wir sie finden. Ich weiß nicht. Wie ist das? Was ist das? Die Allianz suchen eine Kulinarin? Hm, hm, ja, das ist eine Inträgliche Frage. Achso, ich bin schon auf eine Mission, um eine Recipe für das legendäre Dich, Known als Grilled Tatuva. Ich habe gesagt, dass die Leute, die es gewohnt sind, sind alle Bark und, ähm... Well, das ist es, eigentlich. All Bark. Was könnte das beherrschen? Oh, ich muss das Grilled Tatuva finden. Oh, woher sind Sie, oh Bark-Leute? Kann ich auf den falschen Tee? Ich schaue meine eigene Haare. Große Mäuler. Mehr kriege ich scheinbar nicht. Alles klar, dann gucken wir mal. Hier haben wir einen Schmied. Ja, komm. Verbessern wir ein bisschen. Stufe 5. So, seine Waffe wird auf jeden Fall verbessert. Yin und Yang haken. Ui. Franziska sowieso. Franziska ist, äh... Es ist Mitglied schon fast bei mir. Wütender Morgenstern. So, was haben wir hier? Der verkauft Rüstungen. Will ich mich erst mal nicht einkleiden? Dich brauche ich. Dein Gesicht habe ich schon mal gesehen. Noah, mein Freund. Hast du das Polen in guter Use? Ach, das war von dem ich die Angel bekommen habe. Oh, ich? Well, seit wir letztens in Aaronside gesprochen haben, die Kürrenze der Leben haben mich hier. Und ich? Ich bin nicht der Typ, die gegen die Kürrenze zu schwimmen. Ich bin glücklich, dass du dich sicher sehen hast. Dein Name hat schon mal vorgelegt. Also ich muss mich fragen. Ja. 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 Ich bin jetzt in der Lande. Ich habe neue Kürrenze für unsere Fortschritte. Jetzt sind wir interessiert, uns zu befreien? Oh. Du willst mich zu befreien? Ich höre dich, aber... Ich weiß nicht, wie die Kürrenze sich umsetzt. Oder vielleicht so. Ich sage dir was, Freund. Und? Catch me a Wheel-Eye-Bream, und I'll sign up on the spot. Alter! Wie viele Aufgaben denn noch? Huang? Großaugenbrasser. Okay. Ich werde mir mal ausschreiben, wo die noch sind. Und der war Baumwächter. Die wollen ganz schön viel haben. Dass das so in Arbeit ausartet, hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte, sie sagen, ja klar, komm, ich schließe mich an. Habe ich Bock bei dir mitzumachen? Stattdessen muss ich noch Aufgaben für die machen vorher. Du möchtest auch nicht, ne? Hm. Da dachte ich einfach so, komm, sie treten dir bei. Ich muss nicht viel tun dafür. Aber... Da habe ich mich wohl ein bisschen ertan. Der Säufer da hinten... Der sieht auch nicht so NPC-mäßig aus. Ah... Das ist ein paar gute Bühne. Sie schmeckt sogar besser auf einem Tag wie dieser. Entschuldigung, bist du der berühmte Spearman-Riufan? Ich habe gehört von deinen Exploiten in der Stadt gesprochen. Na, wenn du von mir gehört hast, dann denke ich, ich muss bemerksam sein. Ich bin aktuell zu suchen Stalwart-Kumpanien. Kann ich dich interessieren in die Allianz? Ha, ha, ha. Du möchtest sein Kumpanien, Mann? Oh. Was soll das jetzt bedeuten? Muss ich ein gewisses Level erreicht haben? Level 30? Also das war bisher jetzt richtig enttäuschend hier. Was die Rekrutierung angeht. Oh, ich darf was essen. Cool. Mhm. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Carrie? Ja, hast du einfach aus dem Lied zu materialisiert? Ich habe mich überrascht, was? Überraschung? Wie schaffst du dich? Das ist nicht all das, was ich gesagt habe. Du hörst mir an, Buster. Ich mache nicht Fehler, weil ich perfekt bin, mit einem schmerzlichen, pristine, Kapital P. Was, wenn du denkst, dass du nicht gesehen hast, richtig? Äh, ja. Äh, ja. Ähm, richtig. Das ist mehr so? Wirst du nicht immer einen Paragon fragen? Hm. Hallo? Wer ist nach Hause? Ich glaube nicht. Hier war ich drin, ne? In dem kleinen Haus. Okay, dann gucke ich mal jetzt in der Schenke. Ganz komisches Volk ist das hier. Ganz komisches Volk. So, das ist, wo Peri ... äh, wo Lady Periel ist. Ich habe es bis hier mit der lokalen Aristokratie gehört. Es ist, als ob sie nichts denken, sondern sich selbst. Ah, Gott. M'lady, vielleicht könntest du deine Sitzung reduzieren? Was? Oh, warum warte? Wenn es Spiele sind, habe ich glücklich meine Gedanken in ihre Augen. Frage euch das, Spiele. Welche sind deine Sitzung mehr wert? Seine Land oder ihre persönliche Geld? Jetzt komm, Jenquist. Armer Jenquist. Äh, moin. Noah, Sabine. Impeccable Timing. Ah, die freut sich ja gar nicht richtig. Es ist gut, dich sicherlich zu sehen, Peri. Und warum würde ich nicht so sein? Ich hatte meine segreste Passage, erinnert mich? Jetzt dann. Ich verstehe, du machst einen guten Job mit meiner Resistenz-Armee. Sag mir alles. Läuft ein bisschen schleppend, weil die Leute immer irgendwelche Gegenleistungen haben wollen. Also, das ist das, was du jetzt das Kastel nennen willst? Du magst es? Ein passbares Name, ich denke. M'lady, ich glaube, es ist Zeit. Ah, das ist es. Noah, komm mit mir. Wir werden eine Konferenz zwischen dem King Yuma und seiner Chambre des Lords. Strictly als Observer. Aber ich wünsche mir trotzdem, dass du und die anderen mich anwenden. Das machen wir gerne. Es ist sicher für Jenquiss und Sabine, die bleiben hier und eine Möglichkeit zu kommunizieren, mit Ymir zurück in Kastel... 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 Kastel, was auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nichts mehr schreckendes als ein Kanzel ist. Ich bin so glücklich, dass er ausgesprochen wird. Kastel... 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 Und erzähl dem Künstler, um ein bisschen Speise zu benutzen. Entschuldigung, wo genau gehen wir gehen? Zu dem Palast! Es ist auf der Nordseite der Stadt! Ja, die Allianz muss so groß wie möglich sein. Wir arbeiten diligently, um Kontakt mit dem Kastl. Würdest du deine Retinue ändern? Nichts Spannendes hier vielleicht. Auch nichts Spannendes, das ist ja langweilig. Enttäuschend, aber gut. Kann man nicht ändern. Zum Palast! Du bist einfach nur jemand, durch den ich durchlaufen kann. Auf geht's! Oh, hallo! Wo spawnen sie denn her? Willkommen, Countess Periel. Du kannst entkommen. Mein Dank. Ich bin auf drei Leute getroffen, und drei Leute konnte ich nicht rekrutieren. Das macht mich sehr, sehr traurig. Also, was ist auf der Tafel für diesen großen Schindig? Eine Art von Dukes Aldrich, in der er eine neue Beziehung zwischen Eucris und Galdia Mh-hmmm. Was ich nehme, um die Liga der Nationen zu verlassen, und die Empires Seite zu erinnern. Hm. Die Liga? Welche Art von Skandrel wäre das so? Hör auf dich! Du hast bereits den Feuer des Regierungsleiter. Und du wirst dir bald sehen, welche Art von Skandrel so etwas zu erinnern würde. und du wirst dir bald sehen, Alles wieder herrnchen politisch hier. Politisches Gescharre. Prähe, Entschuldigung, unsere Tartigkeit. Ah, da bist du, Periel. Wir sind nur, äh... Well, es ist gut, dass du hierher gekommen bist. Riecht hierher, wenn du würdest. Natürlich. Mere Majestät. Das ist aber auch ein sehr, ähm... ängstlicher Herrscher. Du bist auch die wichtigste Frau, um seine Majestät zu warten. Nein, nein, es ist alles klar. Ich habe sie besprochen, dass ich warte und... Oh, Juma, du bist aber ganz schön unsicher. Ja, 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 Harlan, du bist mir ja jetzt schon unsympathisch. Und, wer, Praetel, sind diese Leute? Ich habe sie gleich. Meine Wunscherz, Herr Harlan. Ich möchte dich, Frau Majestät, Ich würde mich vorstellen, ich würde noch einen Kommander Noah, der jungen Föhnter der Resistance-Armee. Oder, nein, Föhnter der Allianz, ein Gruppe, das versucht, zu retten die Leak der Nationen von Imperium. Eine Widerstandsarmee. Eine Widerstandsarmee, ist es? Ähm, naja... ich... 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 Und lass mich mir selbst präsentieren! Ich bin Leon und ich bin quasi sein zweites in Kommand. Eine Allianz? Na ja, das klingt am meisten... Ahem! Hm, hm, hm. Lass uns weitergehen zu der Sache, Ihre Majestät. Dukes Aldrich von dem Galdian Empire suche eine Allianz mit uns. Und wir müssen entscheiden, ob wir seine Widerstands nehmen oder nicht. Ich glaube, dass Dukes eine Widerstandsarmee in dem Galdian. Und ich denke, dass es viel, was wir von seiner starken Widerstand haben können. Ich sehe diesen Offen als eine große Möglichkeit für Sie, Chris. Especially compared to some up-jumped mercenary and whomever else comprises HIS Allianz. Hm. 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 Entschuldigung, Periel. Um, aber Lord Harlan? Ich denke... Well... Vielleicht gibt es ein paar Verhältnisse, was die Countess Groom hat gesagt. Hm. 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 Eieieiei, ist ja ganz schön manipulativ, was du hier abziehst. Ich denke, dass das Haus Volmeyer fast beigert sich, um dieses Land zu unterstützen, in ihrem Jahr der Fähne zu unterstützen. Geh hart, Herr Harlan. King Yuma weiß gut, beide unsere Familien' Loyalität zu dem Regen. Ich bin sicher, er wollte nicht, deine vielen großen Städte zu vermitteln. Nein! Natürlich nicht. Ach Mensch, da hast du so einen unsicheren Herrscher und der wird dann der wird dann einfach aus dem Hintergrund die an seinen Fäden gezogen. Und er wird manipuliert. Jetzt, warte mal! Du wirst ihn einfach nicht überwinden, ohne eine Kampf? Ah, solche Ignoranz spricht Volumen über dich, Junge. Niemand sagt nichts von der Art. Dukes Aldrich hat uns die Hand der Freundschaft und der Unität gezogen. Und wie viel Geld hat er dir dafür jetzt zahlt? Wenn du über Krieg sprechen würdest, dann sag mir, welche Garnierung wir haben, dass Eucrissi's Arme auswählen würde. Wir können nicht unsere große Nation fallen, während du die Verwinde. Ja, aber Cassius? Ja, dass du nur das Verwinde. your majesty and i shall battle the empire with everything i can muster and what then general cassius can you promise us victory can you guarantee his majesty that we will emerge triumphant actually the galdian empire is more than just duke's aldrich they have the renowned general goldwyn as well i would be a poor military man indeed to assure ultimate victory there do you see no assurances and if general goldwyn were faced with our general cassius would he promise the empire victory what it's a fair question don't you think even the best general snow there are no guarantees on the battlefield and in fact they likely know this fact best of all of course all i know of the matter is what i've read in books general cassius however speaks from decades of experience einfach mal den spieß umgedreht lord harlan you have another opinion do you believe our esteemed general cassius is guaranteed to lose well harlan no no of course i don't believe that but this argument is mere sophistry it has nothing to to do with the topic at hand melridge you were summoned here to draft our reply once this matter was settled not to sow doubt in his majesty with rhetorical nonsense quite right quite right i do apologize for any confusion i may have caused that said there is still time before duke's aldrich will expect our reply and his majesty seems exhausted shall we table the matter for today but uh uh um yes i think so let's give it a little more time before we decide if you see now what i've dealt with it's been a whole week that's true ça been the brilliant grume and euch chris have enjoyed umdleen массy relations for generations and i visited many times i schild we are acquaintances of old but i would not go so far as to say friends you chris you see is one of the three great powers of the league along with north star and the dragon nation of kinon nevertheless i am told that at the untimely death of you must father the queen himself away in grief and now yuma has come to us and the throne and he and i come from very similar circumstances so you have different personalities yes well even as a child yuma was never very decisive yeah that's meant maybe he's afraid to defy that harlan guy to be fair the previous king was quite beholden to harlan that is why the man was first given his station station he has leveraged for all its worth anyway we should not tarry here long before returning to the inn i have no desire to run into harlan again selfishchemist and then we will have to reaches the 리he on it let's face a little while now the time it's time to go yes dotрь yeah dot gord Okay, wir werden eh nicht kämpfen. Scheint, als hättest du einiges durchgemacht. Du tust, was wir nicht tun können, richtig? Wir warten ein bisschen, dann schauen wir nach. Gibt es hier was zu holen? Hm. Oh, schön, ein schönes Schloss haben sie sich ja hier hingesetzt, ne? Sieht ja alles ganz edel aus. Schauen wir uns mal noch ein bisschen weiter um. Kann ich dich rekrutieren? Oh, du sprichst mit mir, cool. Said Ali, du heißt Nora, richtig? Was? Natürlich kenne ich dich. Jeder, der ein bisschen Ahnung von dem hat, was wirklich los ist, kennt deinen Namen. Mein Name ist Said Ali. Ich bin auch auf einer Mission, genau wie du. Ich bin sicher, unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Okay, Mr. Geheimnisvoll. Katze streicheln. Ist hier was Schönes drin? Auch leer. Und spektakulär. Mal wieder. Mal wieder. Oben in den Palast komme ich bestimmt nicht rein, oder? Ja. Ja. Würde ja nie den König beleidigen. Wo kommst du denn darauf? Ja. Ja. Politisches Gespafel. Okay. Auch da nichts Spannendes. Da unten geht's raus, ne? Also gucken wir jetzt doch hier rüber. Wer sind Sie denn? Das ist richtig, der bin ich. Seine Zofa. Seine Zofa. Ich weiß, Leute kenne ihn indecisiv, aber sie haben ihn alle falsch gemacht. Er ist ein sehr kinder Ruhler, wie du siehst. Und er schuldigt, um die Entscheidungen zu machen, die Leute zu verhörten. Wo warst du? So, ich hätte mich doch noch weiter umgucken können. Ich gehe in den Inn, damit ich weiterhelfen kann, eine Lösung zu diesem Problem. Denkst du, dass es sogar eine Lösung ist? Ich glaube, wir könnten... Warte, nein, sorry, ich habe nichts. Countess Periel, Ihre Majestät Yuma ist hier, mit dir zu sprechen. Kann ich die Tür öffnen? Natürlich. Bitte, in die Tür. Hallo, Periel. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, und hoffe, dass ich dich sehen kann. Ich bin sehr glücklich, dass du zu besuchen hast. Ich wünsche mir nur, dass es für einen unserer übrigen Goodwill-Summits wäre, anstatt diese Situation der schlimmsten. Oh, um... Ja, natürlich. Ich bin sehr schuldig über dein Land. Dein Name ist Noah, ja? Habt ihr aufgerufen, um gegen Periel zu kämpfen? Das schreit, das ist mir. Ich bin gegen das Reich. Kampfgezogen, ja, ich möchte sie unterstützen. Ja, das war alles für sie. Oh, es... Es war... Was? Es war nicht so. Was ein großer, fester Lüge! Haha, einfach schuldig. Kann man ein Späßchen machen, ja. Haha, ich sehe, ich sehe. Schuldig, ist es? Hm, so ein Piddy. Wo sind wir jetzt hier falsch abgeboten? Lass mich dir etwas fragen. Nicht als die Countess Groom, aber als jemanden, die du kennst, seit wir beide klein waren. Was willst du tun? Willst du kämpfen? Oder willst du deine信 in duke's Aldrich? Well, ich... 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 Die Wahrheit ist, um... Ich weiß nicht, was die richtige Wahl ist. Hm. Wenn du dich auf die Kurs, deine Anweserinnen, für dich, du bist in der Empiresuner. Nein, so schwer! ... in den Duken. Aber wenn wir kämpfen und verlieren, werden meine Leute viel schlimmer sein. Vielleicht... Die Duken haben ein Fehler gemacht, in deinem Land zu attacken. Wenn so, könnte man vielleicht noch... ... zu reden? Wir können vielleicht nochmal drüber reden, ja. Gut gerettet. Danke, Cassius. Hey, wie wäre es mit einem Spaziergang? Vielleicht fällt es uns etwas ein. Ja, und wir könnten mit den Bewohnern sprechen. Gut, dann machen wir das doch mal. Dann sprechen wir ein bisschen mit den Bewohnern. So, jetzt kann ich doch noch mal da hinten gucken, was da so ist. Ob es da noch etwas zu finden gibt. Das sieht auch nicht so aus. Das sieht auch sehr mager alles aus. Hm, 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 nix. Enttäuschend. Da unten. Ich kann es mir angucken, aber wenn ich noch nicht mal reingehen kann, was soll doch schon groß auf mich warten? Ach, ich kann mal einen schönen Tee trinken. Naja. Da würde ich auch gerne meine Mittagspause verbringen. Aber, ja. So, da in den Palast gehe ich nicht noch mal rein. Jetzt geht es wieder raus. Raus. Ja, 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 ja. Also, es ist... Es ist halt auch sehr fraglich, hier die Leute zu rekrutieren. Ach, da ist sie ja wieder. Da ist sie ja schon wieder. Du wieder? Wirklich? Ich hoffe, du stehst mich nicht. Ja, natürlich nicht. Aber, bist du okay? Das sieht aus wie ein... Ich habe nicht fallen. Du schickst deine Knie. Schau. Ich habe nicht fallen, okay? Also... Oh, ja. Das ist... Das ist ziemlich gross. Hey, du hörst mich. Meine Teleportation ist schlauend. Ich schlauend, okay? Imperativ zu error. Das bedeutet, dass du nicht gesehen hast. Okay? Aber du... Aber du... Hm. Okay. In Ordnung. Ah, muss sie wahrscheinlich... Irgendwie muss man sie wahrscheinlich öfters triggern, oder? Dass sie... Immer wieder mal hier auftaucht. Wo soll ich diesen Fisch angeln? Oh Gott, ihr macht mich alle so fertig. Aber die Brücke, hier bin ich noch gar nicht rübergegangen, ne? Oh, kommt sie jetzt wieder? Wunderbar. Wunderbar. Wäre immer nur lustig. Also gibst du es zu? Ja. 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 Du musst dich unter Verwaltungen halten und sicher, dass das Zeug ist gehalten. Verwaltungen? Das ist richtig. Und weißt das. Ja. Ja. Ich glaube, ich kriege jetzt Teleportation. Ich habe es endlich frei gespielt. Also, also... Reden ist heute schon wieder ganz kritisch. So Wortfindungsstörung. Perfekter Zauberheldin Carrie. My hawk-like watch begins now. You will rue having caught me in a moment of sub-perfection. Of course, you can still call on me at any time to demonstrate my flawless Teleportation abilities. You do have a... What's it called? A map. Yes? Just open your map, point to a destination and I'll take you there in one perfect blink. Geil. Das freut mich. Oh. And you should hold on to this. If I'm not around, this ring will achieve more or less the same thing. Don't misplice it. Endlich Teleportation. Now I'll be able to see him. Shall we? Nicht schlecht, cool. Ah, guck mal, der sieht doch auch... Oh, ich dachte, das wäre einer. Willst du bei Goma spielen? Oh, der hat auch so starke... Ich will auch solche bekommen. Wo bekomme ich die denn her? Ich will auch so geile... Beyblades haben. So, hier ist niemand mehr, ne? Ne, hier geht's raus. Hm, 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 hm. Dann also hier... ...mit den Leuten reden. Dann führe ich das weiter fort. Ah, da ist er wieder. Melbridge. Ich erinnere dich von der Konferenz vorhin. Bitte, komm in, komm in. Der sehr weise Mann. Ich sehe, ich sehe. Du suchst ein Method, zu schweigen, seine Majestät. Oh, aber... Ja. Den suchen wir. Aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Aber warum bringst du diese Sache zu mir? Weil du bist derjenst, der mit Harlan auf die Konferenz gekommen bist. Ja, du bist alle, aber ich schweige mich das, blöde, und dann alle hat er sich entstanden, und nichts hat sich entstanden. Ja, ich glaube, ich habe etwas gemacht, in diesen Linien. Ich verbegebe, dass ich weniger glücklich mit dem, dass der Herr Harlan freiwillig um unsere Beziehung mit dem Empire. Gefällt mir auch nicht. Genau, gehen wir mal ganz... Genau, fragen wir mal ganz direkt. Das ist richtig. Das heißt... Das frage ich mich auch. Oh... Bisschen Lobbyarbeit hier. Lobbyarbeit, schacke. Spionage? Ja. Ja. Natürlich, natürlich. Okay. Südosten der Stadt, okay. Aber ich kann ja jetzt teleportieren, dann kann ich mich so an verschiedene Orte teleportieren. Ja, wir sehen, wie nobel er fühlt, wenn wir mit ihm sind. Ich denke, du könntest sich an unsere Objektive verlieren. Wenn du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.